Hallo zusammen, wir danken euch für eure Wünsche. Heute möchten wir einen davon erfüllen und zwar den Milkshake. Das Lied für diesen Tanz ist Tainted Love von Soft Cell, nur damit ihr das schon einmal wisst. Jetzt geht's los mit dem Tanz. Wir werden abwechselnd mit dem rechten Fuß begonnen zwei Achterlangen Wiegeschritte vorwärts und rückwärts tanzen. Ich zeige das einmal. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind bereits die ersten beiden Teile. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne anstelle der Vorwärtswiege eine Platzdrehung tanzen. Wie oft ihr diese Platzdrehung tanzt, ist euch überlassen. Ich zeige mal ein paar Versionen. Ihr könntet zum Beispiel tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann würde es mit dem dritten Teil weitergehen. Der dritte Teil ist ein Zigzag oder ein Zickzack, begonnen mit dem rechten Fuß drüber. Wir haben vor, seit, hinter, seit, vor, seit, hinter, seit. Und dreimal heben wir unser Knie. 1, 2, 3 und dann ist der Tanz schon fertig. Ich zeige euch das einmal in dieser Ausrichtung. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umdrehen. 1, 2, 3. Jetzt zeige ich euch den Tanz einmal mit Musik. 5, 6, 5, 6, 7, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und drehen. 1, 2, 3. Und dann würde der Tanz wieder von vorne losgehen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hüben.